Tja, nur kurz, das wäre das letzte Video. Ich werde keine Videos mehr machen, diese Art Sozialmedia, wie es heisst, weil es interessiert nach 10 Jahren nur 3000 Klicks, und ja, sehr viele nur Eigenklicks oder von nahen Bekannten immer die gleichen, also es ist uninteressant geworden, ich höre auf, auf Wiedersehen.